Überlebst du die nervigsten Geräusche der Welt? Level 1. Oh, das ist schmatzen wie ekelhaft, Alter, Bro. Lass schon mal ein Like da, wenn du das kacke findest. Nummer 2, schnarchen. Ich werd so aggressiv, wenn jemand schnarcht. Ich kann da nicht mehr einschlafen, das ist so schlimm. Oh mein Gott, Bro, noch schlimmer aufwachen zu dem Ton. Wieso macht Apple das, Alter? Ich will das nicht hören, Bro. Baby-Geschrei ist okay, aber das ist schon auch nervig, vor allem im Flieger, Alter, Leute, oder? Für das nächste Level müsst ihr aber jetzt doppelt auf den Screen tippen, damit es freigeschalten wird. Wir gehen rein, Level 5, das schlimmste Geräusch. Lass ne Arme, aber das schlimmste.